Was ist denn mit der Axt jetzt gerade? Sehr interessant. Ich glaub, das war irgendwie so ein Bug. Das sah jedenfalls ziemlich Bug-mäßig aus. Ich will die zwei da jetzt schnell schnellstens Platz kriegen. So. Okay, der ist schon mal Geschichte, der Typ. Der nervt uns nicht mehr. Oh, der Kampf ist echt übel. Haben wir hier nicht irgendwie so einen Heilungs-Dingsbums- Zauber? Na komm, mach mal's jetzt so. Dann ist der auch schon mal weg. Oh, sogar 10 hätte es abgezogen. Mein Gott. Hauptsache Kana ist auch wieder ein bisschen aufgestiegen. Ja, jetzt weiß ich noch nicht. Ich glaub, wir... Ich schick Bowie einfach mal hier hin. Mal gucken, was wir so triggern. So, und jetzt muss doch irgendeiner hier so einen dämlichen Spruch haben, um das aufzuheben. Schande. So, ich soll erst mal alle wegschicken da. Zum Gefahrenbereich. So. Shaz hatte doch hier diesen Dispel. Scheiße, das funktioniert also auch nicht. Ja, ist ja super. Hat irgendjemand ein Item vielleicht? Ah, ist doch doof. Auch Sarah nicht? Echt? Wir haben nichts dagegen, gegen sowas. Okay, damit hab ich jetzt auch nicht gerechnet unbedingt. Warten wir mal am besten ab, bis Peter da wieder sein Bewusstsein erlangt. Oh, 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 oh. Der soll jetzt aufhören. Ich mag das ganz und gar nicht. Hier, greif an. Jetzt auch nichts. Na ja, wenigstens kann ich die da schon mal anlocken. Das ist ja schon mal wenigstens etwas. Dann heilen wir Sarah noch mal. Nicht, dass Peter gleich wirklich angreift und sie platt macht. Ich weiß ja nicht, wie stark die Attacke gegen Sarah ist. Das wäre echt, äh, schlecht. Wenn wir hier jetzt noch einen Heiler verlieren würden. Obwohl, ne, ich glaub, keiner lassen wir erst mal hier. Okay, jetzt kommt der Griffin. Na, der ist ja zum Glück nicht so stark gegen Bowie. Oh, oh. Oh, 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 oh. Jetzt hör auf! Ja, endlich. Peter's Fein. Cool. Wunderbar. So muss das sein. So, ich würde sagen... Komm, Sarah. Greif den mal an. Ja, das sieht schon mal gut aus. Bowie jetzt auch noch einmal. Dann haben wir den, glaub ich, von der Backe. Genau. Wunderbar. Schön. Also, der Kampf ist richtig knackig. Du, 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 du. So, erst mal Bowie wiederherstellen hier. Gut. Sieht auch wieder schön aus. Okay, ich hoffe, wir können da diese Plinsen dann noch hinlocken zu uns, die da oben rumstehen und den König bewachen. Das wäre klasse, wenn das funktionieren würde. Aber ich glaube es, ehrlich gesagt, nicht unbedingt. Sieht irgendwie auch nicht danach aus. Ah, es gefällt mir alles nicht. Okay, so langsam kommen die Arbeiter hin. Die von, äh, Westen. Du, 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 du. Na, ne. Ich selber soll mal da stehen bleiben. Sorry, Leute. Ich weiß, dass das jetzt ein bisschen langweiliger ist. Aber ich, ja, muss echt gucken, dass ich hier heil rauskomme. Ich will jetzt keine bösen Überraschung erleben. Deswegen gehe ich hier ziemlich, äh, vorsichtig vor. Ich weiß nicht, wie stark dieser dämliche, äh, König hier von Garlam ist. Ähm, der kann schließlich auch zaubern. so viel ich gesehen habe. Genau. Und kann ziemlich viel aushalten. Ich gucke mal. Sogar ziemlich, ziemlich viel. Ja, und da möchte ich jetzt echt mit allem draufballern können, was ich habe. Um ehrlich zu sein. Okay, ich wusste es. Ah, kann schon mal. Okay, dann kann ich die wenigstens schon mal aus dem Weg räumen. Hauptsache, einen Demon Master ist schon wieder weg. Wenn ich ihn da beiseite schaffen kann, ist das echt klasse. Na. So, Gerhalt heilen. Ganz, ganz wichtig. Nicht, dass der uns wieder flöten geht. So, und jetzt alles hier auf ihn erstmal. Ja, super. Pete hat sogar zwei Fragezeichen oben an seinem Lebensbalken. Also, ja, der kann schon viel aushalten mittlerweile. Dann schicke ich unseren Gerhalt erstmal hier hin. Oh oh, das war auch zu erwarten. Aber gut. Gut, dass die anderen jetzt schon so langsam ankommen. Ich will mich da echt nicht beschweren. so muss das auch sein. So. Ja, es sieht für Bo jetzt natürlich nicht so lustig aus. Ich glaube, den packe ich hier erstmal zurück. Ich glaube, das war nicht so .